Ich werde euch heute ganz kurz und knackig erklären, wie ihr alleine, also solo, den Level 30 Raid in Destiny schaffen könnt. Das wützt sich zwar jetzt unmöglich an, aber es gibt da ein paar ganz gute Tricks, um euch das Leben zu vereinfachen. Es stürmen zwar jede Menge Level 30 Gegner auf euch zu, aber mit den richtigen Waffen schafft ihr es dann, euch das Top Level Gear abzuholen und die härteste Ausrüstung im Spiel zu besitzen. Eine ganz einfache Strategie, um den Level 30 Raid auch allein zu meistern und sich das Mega Loot abzuholen. Ihr bekämpft die Gegner, solange ihr könnt, lauft hin und her, lasst euch möglichst nichts treffen, nehmt vom Titan das Schild, versperrt den Gegnern den Weg zum Konflux und wenn wirklich so viele Gegner vor euch stehen, dass ihr keine andere Möglichkeit mehr habt, dann macht einfach das, was ich hier mache, zündet die Atombombe.